meine damen und herren hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren folge auf der allen gerade im ls 19 rp in dlc dieses mal alleine nur mit mir ja jetzt mal ganz kurzes info video sowieso gestanden nix kam und ja an was es lag und so weiter da kommen wir jetzt gleich zu ich bin jetzt hier gerade mal schön ein bisschen am dünge haben mir eine mission angenommen dachte mir nur eine dünge mission ein bisschen nebenbei geld verdienen kann man doch machen ist er wunderbar und ja wir werden heute ein paar so kleinigkeiten machen jetzt also nicht allzu viel aber halt einfach dass man ein bisschen was hat was ich hochladen kann und jetzt kommen wir dazu wie so viele mit dabei ist also gesundheitstechnisch geht allen gut mir geht es gut ihm geht es gut familien technisch auch da ist kein problem das einzige was ist bei ihm funktioniert er kann man zusammen beitreten also im prinzip keine ahnung was passiert ist er geht in den ls rein er nicht funktioniert den steht neu installiert ls geht aber die dlc ist nicht also er kann niemand beitreten beziehungsweise er kann allen beitreten egal wie auch mir ohne dlc ist aber mit so bei der dlc ist mit dabei sind funktioniert das ganze nicht frage mich nicht weshalb aber es geht halt gar nicht jetzt sei gar nicht geguckt haben wir schon eine grüne meldung gekriegt hat die mission schon fertig ist nur kurz nachgucken oh ja 7000 dafür kriegt abschließen aber sonst mögen wir haben nicht nur nicht gut dann würden wir uns jetzt unseren eigenen bildern so was er hat das heißt fällt dann wenn man weiß wird ich sagen wir mal ein bisschen radio an ja doch dürfte passen ja wie gesagt wir drüben haben wir so das feld ist nun einmal einmal drüber dünge und soweit ich weiß noch mal ganz kurz den format rein damit ich nachgucken kann das braucht auch kalk das heißt wir werden jetzt einmal erstmal düngen und dann werden wir über das ganze ding immer drüber karten inzwischen ja ist jetzt auch schon ein bisschen dunkel geworden ich traue ich auch schon würde hat so ein jahr zu viel aber wieder ein bisschen düngen reicht seine hause und ist ja noch nicht stockdunkel ja wie gesagt bei philipp funktioniert das ganze nicht mehr ich weiß nicht an was es liegt wenn jemand von euch weiß an was es liegen könnte gerne in die kommentare damit wir sind wir alle drufen auf jeden fall ist das ganze jetzt so dass es momentan nicht funktioniert und ich muss hier leider sieht falsch nun mal neu machen hier so so ein bisschen rüber verschieben ach das ging jetzt per pfeil tasten ja genau so wunderbar aber das sollte man vielleicht raus machen würde das ganze auch eindeutig besser funktionieren so funktioniert kann sie auch das ist natürlich nicht ja doch nicht wunderbar wenn ihr jetzt denkt wieso schenkt dass das so durch weil im single player funktioniert mein schade einwandfrei und ja da ist die maps so so wichtig also ja das ist alles normal so ja wie gesagt das ganze funktioniert irgendwie nicht mehr und ja die allen graf ohne es ab in die zu spielen irgendwo schwierig weil ja wenn nur die fahrzeuge fehlen würden noch nicht so schlimmer wir haben nicht als der ok wir haben doch viel von ihm aber die map ja das bisschen problematisch auf jeden fall und ja wie gesagt wir wissen natürlich an was es liegt wir haben jetzt schon geguckt denn wir alle irgendwie regeln wenn es wieder gibt wo jetzt auch noch mal knapp war wie lange man dran kommt lasst es aber wie viel ist jetzt ist es so eine halbe stunden mindestens mindestens haben wir probiert er hat noch mal komplett neu installiert dlcs gelöscht wenn man neu runtergeladen wir haben alle die neuesten patch und so weiter es funktioniert aber nicht ich weiß nicht an was es liegt ja auf jeden fall wie gesagt da funktioniert nicht das heißt das habe ich jetzt aber nur so ein kurzes infovideos gemacht wir müssen gucken ob ich dann im nash dann halt hier ansetzt und bei geschlagen wieder aufnehmen oder ja aber ein bisschen kann natürlich auch leute ich weiß nicht wir haben auch noch wir können natürlich auch ein bisschen mindekraft mörder wieder auf und zusammen mit philipp das geht nämlich da man hat sich auch schon eine aufgenommen hier wird es nicht fertiggestellt weil das ist doch ein bisschen aufwendig und alles wenn ihr darauf als ersatz bock habt dann gerne in die kommentare damit einfach sagen können wir machen oder eher nicht so ist natürlich nicht jeden ding seinem geschmack aber muss sagen auf jeden fall im single multiplayer macht auf jeden fall mindekraft mehr spaß als im single player das kann ich euch schon mal sagen und ja ich werde jetzt hier noch bisschen rumdüngen wir sind es gab bei fünf minuten mal gucken warten heute noch alles zu machen also ich werde jetzt auch immer gucken dass ich die felder fertig krieg und silotechnisch werden wir dann erst wieder mal wenn der philipp da oder das dauert einfach ewig alleine ich bin kurz drang setzen und beziehungsweise die kurzen stein eingestiegen habt das ein bisschen gemacht und ja dauert ein bisschen sagen wir so ne wenn dann auch mal ein bisschen in land sich gehen ja viel leise ist sie dann auch nicht überall gleich lang aber ja mal kann man jetzt alle ändern aber wir waren wieder 54.000 hat die mission hat sich schon gelohnt und ich habe das gefühl ist wirklich wieder heller oder nein einmal nur eingefültet kann auch sein irgendwann ist es am punkt wo der lässt dann so bläulich würde also wie das echt hell wird aber ja den zeitpunkt haben wir das sehen noch nicht getroffen ach ja wenn man im glücksspiegel guckt denken wir es ist noch tag hell ein bisschen nebel dahinten man könnte entweder ist es abend oder morgen könnte man sagen eines von beiden ne ah ja ist schon schön ist schon schön muss sagen so kommen wir da oben ein lenken ist besser als ich gedacht hätte na ja aber so allein jetzt auch langweilig aber irgendwann muss ich ein bisschen füllen damit ihr auch wisst wieso gar nichts kommt das ist gar nichts aber wenig was haben wir so wenig kommt dann haben wir auch schon damit leise gemacht so lautungs auf seite getan was das noch zu dieser unterwegs hat der um die zeit noch fahrt leute ok ich kann aber auch aber der fährt durch die durch die stadt du musst sagen da ist bei uns oben schon angenehmer wir wie unser haus haben also wir anstatt dass die ganze zeit oder so mitten die ganze zeit in der nacht irgendwo und zuvor beiratet hätte ich jetzt nicht gerade so gerne ich weiß gar nicht so stark wird aber doch ich glaub schon also ein zug ist ja nicht der regel stimme überhaupt so ein guter zug aber ich so normalerweise ein guter zug soweit ich weiß ja ja alles gar nicht, ich kann mich mit dem dünnerstreuer noch schneller fahren ein bisschen, ein bisschen ich kann natürlich auch den gang drin lassen, dann muss ich nicht die gas also voll gas geben und wir sind noch mal um knapp, oh gott, oh gott, oh gott da hat der liebe flug gerade mal kurz nicht aufgepasst äh, wusste man bekommen da ne, das heißt wir müssen hier wieder rein hoffe ich mal so schön, wie sind wir jetzt nicht gerne so geil, weil dann habe ich die bahn ausgelassen ne passt, habe ich richtig gemacht ab und zu sind so kleine fleckchen drin, wo noch ein bisschen unklar ist, ok und wenn wir nicht gedummt wird, gut ich weiß gar nicht, wieso braucht denn der schon der Kalk eine Sogierbohnen? eine Sogierbohnen haben wir ja gerade erst angesied keine Ahnung, wieso der Kalk braucht, ne hm, naja mei wir haben tatsächlich auch, bzw. ja, wir hätten vorher gehabt ein paar Mots mit drauf zu nehmen ähm, wie gesagt, ich habe ein paar Ladewagen mit drauf genommen genau so zwei Packages und ja, an denen liegt es nicht und ähm oh äh scheiße, ich bin rausgeteilt, warte, so, oh gott jetzt ist der Wohr da aus, warte so, ei, 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 ei äh, ne, ich habe keinen Rückkehrsgang rein, Mann, so wo bin ich denn, äh bin außerdem auf die Windows-Taste gekommen und das hätte ich dann natürlich nicht ganz sofort erlaufen, ne eigentlich so auch und so Steuerung W jetzt, ja genau, ich wollte Steuerung W drum, dann irgendwie auf Windows anstatt auf Steuerung bekommen und da, äh, ja, hat das gar nicht so funktioniert wie es funktionieren sollte so, Tempomat rein und schnell in das Melü rein, kann ich die euch zeigen einen Anhänger haben wir mit drauf genommen nur mal welche tauschen haben und zwar, die sind in den letzten Mod-Hub erschienen, die Loma ich hoffe ich spreche es richtig aus ich bin auf jeden Fall made in Germany dicker Fett steht es drauf weiß gar nicht, kann man das ändern ne ne, aber gibt es auf jeden Fall viele Config-Möglichkeiten hier hinten zu befüllen als normalen Anhänger, als Ballenwagen also, die sind schon ganz geil oh, vielleicht seid ihr rausgetappt ansonsten hätte es hier vielleicht nochmal einen Unfall gegeben was wir nicht wollen so, GPS kann man auch nicht machen, weil wir sind jetzt fertig mit Düngen das heißt die kann man auch raus machen, das heißt es geht jetzt nach Hause und dann laden wir mal Kalk auf Kalk und dann fahren wir dann auch mit unserem Dünger-Steuer steckstück Kalk-Steuer mit Kalk drüber und dann passt die Sache auch und das einzige was spaßig werden kann da gehen nur knapp 5000 Liter 4.000 4.800 stecken tot irgendwie sowas ähm und ja der ein oder andere weiß wahrscheinlich Kalk ist verbindet sich sehr schnell ähm das heißt wir müssen jetzt ein oder andere mal Dünger ähm Dünger soll ich im Kalk auf dem Fall aus aber ne das sind sie nicht da fahren wir lieber nochmal die Strecke moin äh was heißt moin abend der fährt auch nochmal schnell einkaufen oder er hat auch Tanken vergessen ist natürlich uns noch nie passiert ne 1949 ich sag mal wir sind zwar noch Tag hell aber gut dann sieht man auch mal die Beleuchtung ne ein bisschen muss ich sagen ich hab jetzt auch gegen die Nachts auch nichts mehr also ich sag ich relativ schön klar der ein oder andere mag es nicht aber das ist ja das sehe ich halt zum Beispiel wenn die jetzt hier blinkt das reflektiert seit einfach am Schutzblinken und das ist meine Sachen übel steil ja gut da hinten sollte man nicht so hingucken weil der ist niemal dreckig ähm jetzt muss ich nur gucken wo ich haue ich die Pickpacks ah ich glaube ich weiß schon wo wobei ich kann sie hier entladen hier sind noch die anderen ne äh Mama auch ja das ist glaube ich die schlaueste Idee wo man da überall wieder irgendwo anders alles hinhauen und dann zum Schluss nicht mehr weiß wo man es hin hat aber lieber alles hier hin ich hoffe nur dass ich jetzt dann richtig entlade ja ich fahr jetzt mal noch nicht zurück ja so Gang raus jetzt wichtig sind wir hier weg und steuern äh ja 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 nicht so ganz meine Vorstellung geklappt wie es eigentlich sein sollte äh hallo ich habe doch einen Gang drin diese Bär in die Zimmer äh hallo äh äh ok gut haben wir dann auch geklärt anscheinend muss ich irgendwie den Traktor auswählen damit ok ja gut keine Ahnung was da war ne naja gut haben wir uns auf jeden Fall entladen und fühlen jetzt nochmal kalt auf das muss ich dann eigentlich hier vielleicht soviel um das müssen wir dann mal in unsere Siele packen geht er jetzt da Düngerein ich weiß jetzt gar nicht ne ich glaub da war was dass der nicht reinging kann ich mich nur so ganz leicht an erinnern scheiße wir haben hier noch gar kein Kalk auffülldüngens äh äh das haben wir gleich äh die wäre es ist ja so genau da Kalk ich war der Meinung ich hatte schon mal Kalk platziert aber das war wahrscheinlich Dach gut ne ja auch siehts steht da ich würde ihn so gerne Dach platzieren aber wenn er irgendwie ein Burschen mit einem Baum drin hat ja ja ich kann natürlich auch wenn ich ihn hier hin mach ja wenn er da störe ja da würde er eigentlich auch nicht stören ne drehen ihn ganz normal ne da würde er irgendwie nicht stören und wir sind so rüber so da kommen wir immer noch leicht leicht draußen rein ja ja das passt dann würde man vielleicht auch reinlegen dann äh würde man vielleicht auch wenn man Gast gibt vorankommen ähm so la la aufpassen wenn wir hier gut drunter fahren ja wenn wir nicht nach unten gucken passt die ich roll weg hallo so anbremsen muss man jetzt immer rein machen jetzt hau rein der ab oh ich bin ja doch ich komme rum ich habe keine Kabine drauf es geht so oh ja ich glaube wir wären in der heutigen Folge gar nicht fertig mit ähm Feldbearbeitung oh 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 ok alles gut wir sind Bio-Rater hält das aus da stehen wie gesagt jetzt unsere ähm zwei wunderschönen Annaburger Drehschemel an der Annaburger ne ja da müsste es schon gewesen sein da steht noch ein Dreieck und ja wir haben ja doch wir haben hier auch Laternen zum ausleuchten aber muss es nicht sein Schröder ist auch ganz alleine das kennt er gar nicht dass nur eine Person rumfährt der Arme der würde sich auch gar nicht der würde sich auch denken was denn da los ich weiß gar nicht oh Scheiße ich glaube wir müssen ja auch noch Wiesentümmen ne ähm war da was ei 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 dann geht es gut in je nach breit sagen wir mal so ne also man na aber 17 Minuten sind wir jetzt das heißt ja ein Stück geschaffen wir noch vom Kalk hin aber auch nie mehr alles das habe ich auf jeden Fall noch stopfen zu den nächsten Folgen fallen wir gucken natürlich das wir jetzt ich nehm jetzt die heute auch noch eine Folge auf ähm, weil ich kann natürlich auch noch eine zweite aufnehmen, aber ich nehme nur eine auf weil, ähm, vielleicht wenn morgen bei Philipp wieder alles klappt, dann können wir schon wieder zusammen aufnehmen und dann wäre das Ganze wieder ganz super toll, aber ja du musst halt die Daumen drücken damit es lippt ich hoffe es natürlich sehr aber wenn halt auch nicht, dann halt nicht, ne so ich weiß es gar nicht ja, doch das war ja das, was in der Beschreibung von der Arbeitsbreite dann stand, ne, bei dem Kollegen ich glaube, wann es 10 Meter weiß ich es gar nicht mehr na doch, 10 Meter, wann es ähm 10, ah ne, nicht vielleicht 10 so dann einlege äh, hallo ah, jetzt auch jetzt ist er drin, läuft passt die Arbeitsbreite die, ja die, wir zeigen, die passt, oder? was sagt ihr? doch müsste eigentlich schon passen ja, doch, ich glaube schon ja, jetzt ist er aber gut dunkel geworden wenn ich hier zu vorne hinguck da haben wir vorher noch eher ein bisschen die Pflänzchen gesehen die sehen jetzt ja nicht mehr da aber wir müssen uns aber auch beeilen nicht, dass da hier plötzlich eine nächste Wachstumsstufe raufkommt und dann fahren wir hier was kaputt das habe ich tatsächlich nicht vor weil sonst muss ich mir da nochmal den Petra-Guragen einholen der mit Pflegebreitung hat ich weiß gar nicht, hat der Düngerstreuer äh, Pflegebreitung das weiß ich jetzt gar nicht muss ich ehrlich sagen habe ich jetzt keinen Plan beziehungsweise ob das Pflegebreitung angesehen wird oder ja nicht weiß ich jetzt gar nicht also breit sind sie nicht, das muss ich sagen, aber so schmalspulreifen sind sie ja doch nicht, ne ne, die Arbeitsplatte kann auch nicht ganz stimmen, oder stimmt die? ne, ich steuere doch viel weiter nach links rein sind jetzt auch zwölf Meter kannst du natürlich haben, ne die Gruppe sehen wir mal aus und der Ding ist, steht zwar 10 drin, aber da werden wir ja auch beim Dünger rauskommen, das stimmt nicht so so, gang raus Handbremserin, beziehungsweise bremsen und dann Handbremserin wir haben jetzt eine Arbeitsplatte von zwölf Metern so, dann stimmen wir mal mit der Zwölf an war ja vorher auch so ähm, dann verschieben wir das ganze noch bisschen mal herüber so zack gang rein, Handbremse raus und Gas geben so, wir müssen gucken wir haben jetzt eine Arbeitsplatte von zwölf Metern ja, doch glaubt, kommt dran doch, 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 das kommt dran wir sind auch bei Kalk zwölf Meter ah, ok oh anscheinend doch nicht ganz aber ja so groß ist doch der Streifen hier nicht der, wo ihr stehen bleibt hä also ich sehe jetzt da nichts, dass da jetzt irgendwas nicht weiß wäre, ne das ist doch alles eigentlich, äh, gleichmäßig weiß das ist ja äh, gut der kleine Streifen, das ist jetzt auch nicht jetzt auch kein Weltuntergang, muss man sagen so drehen das sehen wir jetzt bei der Bahn, wenn jetzt wieder so ein Streifen bleibt dann wissen wir das doch keine hallo ich hatte eigentlich nicht vor, dass ich hier stehe bleibsch soll das eigentlich schon fahren wenn schon Tempomat drin ist naja, jetzt passt's ja gut, ne ja, wahrscheinlich vor allem mal ein bisschen zu weit rüber gezogen, kann natürlich gut sein ja doch, jetzt passt's ja es geht doch, wir haben jetzt schon knapp und noch eine Bahn haben wir knapp die Hälfte schon und wir sind noch gut so Hälfte voll ja 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 doch es können sich mit viel Glück ausgehen ganz viel Glück brauchen wir aber dann ich sehe, ich sehe halt nicht mehr das Feld eines da drüben noch ne in der Aufnahme ist es ja glaube ich noch ein ticken dunkler also wir haben hier im Spiel das heißt, ihr seht da jetzt gerade nicht so viel außer das was natürlich vom Licht angestrahlt wird aber du seht ihr das, wenn ich so gehe, achte mal auf das Euro 2 oben rechts es ist weiß jetzt strahlt's oh mein Gott er liegt wahrscheinlich am Shader, oder ich mach mal den Shader aus ja, jetzt ist es nicht mehr nein, man merkt schon einen Unterschied Shader an Shader aus Shader an Shader aus ja, die Farben ja, jetzt ist klar, jetzt ist Nacht das merken wir jetzt nicht so doll aber wenn es jetzt Tag wird, dann würden die Farben dann schon einiges geiler rumkommen oh aber ich habe es Singleplayer aufnehmen tatsächlich auch nicht verlernt ich hatte es tatsächlich eine Zeit lang gedacht, ich habe es verlernt, weil ich sitze schon lange hier, also bis auf der sich halt RP aufgenommen oder sowas ähm, also real life ähm, also real life oder was heißt real life ähm ähm story er lässt also Storys sagen wir mal so also mit Storys meine ich realistische Landwirtschaft, die man lässt da ähm ähm dann könnt ihr euch das wieder raus machen ähm ähm ja, bis auf da habe ich eigentlich Singleplayer schon ewig nicht mehr aufgenommen oh ja da kommt dann die Näsch also es sind jetzt momentan zwei Projekte Erlingrad und der Berge schlankt, die werden auch beide bleiben oh oh ah, ich bin um den Baum rumgefahren ähm ähm schwierige Situation ähm ja ich bin mir schon mal kurz den Baum geknutscht hier so 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 ich habe mich mal mit der Vordergeheizung reden einmal gedreht äh ja, wo war ich stehen geblieben? ja genau die zwei Projekte werden auf jeden Fall bleiben aber dazu kommen dann immer noch zwei weitere Projekte ähm einmal normaler LS und einmal wieder nochmal eine Story das heißt dann haben wir zwei normale LS Projekte und zwei Stories das ist doch glaube ich ein guter Hauptteil und das ist für jeden ähm ähm LS-Spielgeschmack ausgesorgt für die Leute, die eher real-life Projekte sehen wollen und für die, die eher normalen LS-Uni jetzt ähm 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 und noch knapp zwei Bahnen würde ich sagen mit wie schön Glück schaffen ist ich will jetzt zwar nicht zu weit ähm ähm schon zu stark rausposaunen aber ich glaube da wird was und sogar noch in der Folge also das ist so ja kann man sich sehen lassen ja das ist fast ja genau da bleibt dann nur so klein nur stehen und klar also ja so so immer natürlich jetzt äh äh stehen bleiben und weiter rauslassen hinten dann würde es auf jeden Fall sehen wir aus geht aber ansonsten passt die Sache ja zum Schluss fahre ich da halt immer nochmal rauf bis er leer ist und und ja dann hat sie die Sache aber jetzt äh wenn ich jetzt auch den Rand da stehen lassen könnte ich könnte es natürlich machen aber hier seht ihr grad wir sind noch nicht gedüngt das heißt wir machen eieieieiei da haben wir ja da ist da ist noch ein bisschen Arbeit ne da haben wir noch ein bisschen was zu tun und das ist halt jetzt auch Nacht das heißt ich sehe das halt auch nicht mehr ne wo wir jetzt wo gedüngt ist aus die ich fahre mit GPS so da kann man aber GPS jetzt tatsächlich weg machen weil da bringt mir nichts mehr vielleicht ein Tomat drin äh war sogar noch drin komm gar sogar noch hoch ja das sage ich sogar mit einer voll ich dachte Kalk ging immer schneller weg aber anscheinend der Düngerstreue ist ein guter Kalkverwerter sagen wir so der haut nicht all zu viel raus und da passt ne so hier oben das kann hier nochmal rauf fahren ja einmal hätte man nochmal so kurze Strecke fahren müssen ähm ich weiß grad gar nicht äh ok hier rein hier ist nochmal irgendwo diese ungekalkte Stelle gewesen einmal ein bisschen weiter rüber und wieder so ah ja da war ich sehe sie glaube ich sogar ja das ist sie sogar ganz leicht kennt man sie kaum also man siehts kaum ja ich fahre jetzt hauptsächlich nochmal drüber dass einmal leer wird 4% ja das passt ähm das heißt ich darf mich von euch bis zu schauen bedanken ähm ähm diesmal haio ohne Kugelfilm seine Abnung ähm aber ja wie gesagt unser Gefallen hat gerne da oben da lassen wäre natürlich sehr nett Kommentar schreiben zu dem was ich am Anfang gesagt habe ähm kostenlos abonnieren und natürlich auch bei dem auch und ja ähm ansonsten sehen wir uns dabei jetzt von der weiteren Folge hier auf der Erling drauf vielleicht sogar wieder zu zweit bis Verstärkung und ähm ansonsten macht es gut haut rein und dann geht's auch schon und dann geht's auch schon dann geht's auch schon und dann geht's auch schon